Ich hab so eine große Angst vor der Prüfung. Ach, wird schon schiefgehen. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Ich hoffe ja, dass ihr keine allzu große Angst habt, wenn ihr vor einer Prüfung steht, aber heute möchte ich euch mal zwei lustige, ironische Redensarten vorstellen, die wir benutzen, um jemandem Mut zu machen oder Glück zu wünschen. Eine davon habt ihr gerade schon gehört, und zwar Es wird schon schiefgehen. Wenn sich jemand Sorgen macht oder Angst hat, dass er etwas nicht schaffen könnte oder dass etwas Schlimmes passieren könnte, dann können wir dieser Person Mut machen und sagen Keine Sorge, es wird schon alles funktionieren, es wird alles klappen, nichts wird passieren, es wird schon schiefgehen, du wirst es schaffen. Das Lustige ist dabei, dass das Wort schiefgehen eigentlich aber ganz genau das Gegenteil bedeutet, nämlich dass etwas nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Wir benutzen das also auf eine ironische Art und Weise. Ähnlich funktioniert der Spruch Hals- und Beinbruch. Das bedeutet ganz einfach viel Glück. Und ja, natürlich wünschen wir der Person in einer Prüfung zum Beispiel nicht, dass sie sich den Hals oder die Beine bricht, sondern wir wollen ihr alles Gute und viel Glück wünschen. Man vermutet, dass diese Redensart von der Form der jädischen Sprache abgeleitet wurde. Wahrscheinlich spreche ich es total falsch aus, aber ich versuch's mal. Hatzloche und Bruche oder so ähnlich. Ja, dort bedeutet das ungefähr so etwas wie Glück und Segen. Falls ihr also gerade kurz vor einer Prüfung oder einer anderen Herausforderung steht, wünsche ich euch Hals- und Beinbruch, es wird schon schief gehen. Und natürlich schicke ich euch fröhliche Grüße und bis bald! Und dann los, das ist ja auch ganz einfach, dass das Bolle auf dem Weg ist. Und dann der Abkaufsende, wo ihr alles gut kommt. Und dann sehen wir das Bolleinbruch, das habe ich mir auch mit